Luft Luft was bist denn du für ein Pferd hier nein gettet das ist die Kaserne die Kaserne wollen wir nicht Moment nicht geabgestellt ich glaub zwar nicht dass ich irgendwas dabei hab was ich äh zu Leder Streifen naja ok Fälle haben wir ja keine gehabt könnte ich vielleicht ach so da ist die Tür es ist ein bisschen verwirrend die Butter nehme ich mal raus und das Salz genau das Goma habe ich zwei Stück da drin ich hab doch vorhin da habe ich noch fünf Butter mal gucken wie viel ich eigentlich von dem ganzen Mehlesäcke haben wir 16 Stück und Salz Milchkröge habe ich vier Stück hier drin Moment mal es ist weil ich immer alles hier so querfüllein rein schieb habe ich hier Mehlsäcke habe ich hier unten Milch vielleicht ähm nee Salz der Leere was haben wir denn hier drin dann hab er da ist wirklich alles kreuz und quer drin was glaubst du nicht Holzstuhl gebranntes Ziegenbein quadratischer Dingsbum blablabla rote Äpfel Ziegenbein und so weiter könnte man eigentlich alles verkaufen eigentlich alles verkaufen können wir alles verkaufen ja Biene Sabine da nehme ich die Biene noch mit und Honigwarben sechs Stück dann nehme ich die sechs Stücke Honigwarben noch mit das Wasser nicht Süßkuchen habe ich noch zwei Stück Weizen was soll mit Weizen nicht geizen das war es eigentlich oder oder was soll man da machen die Eider Käse Ecken Eider Käserad was da was machen wir ganz einfach nehmen wir das ganze Karaffel hier mit Wollen wir jetzt eh zu unserem Außenposten gehen. Äh, nicht Außenposten, sondern zu unserem Haus. Den Schlüssel lassen wir drin. Zutaten könnte ich noch gucken. Ach hier, Zutaten. Da will ich aber nichts mitnehmen. Knoblauch vielleicht. Aber das brauche ich nur zum Kochen, oder? Ja. Dann nehmen wir das doch noch mit. Die Fassanbrust. Die Kartoffeln, den Kohl nehme ich mit. Und, äh, rote Äpfel, Ziegenbein. Schön. Ich habe ja irgendwas mitgenommen. Ähm. Ein Plan. Die Tür zum Silberbär. Natürlich. Brauche ich doch nicht. Was soll ich denn damit anfangen? Danke. Ach, guck mal an. Das Ding ist auch noch da. Dann nehme ich das Zeug noch raus. Ja, genau. Karte aufrufen. Richtig. Dann reißen wir mal schnell da hin. Ah, seht und staunet. Wir sind daheim. Haus Winstatt. Nöööööö. Ja. Ihr braucht etwas? Nöö, ich bin wunschlos glücklich. Erstmal werde ich den Besen hier wegtun. Den Besen wollte ich eigentlich wegtun. und den Eimer wollte ich hier ach, jetzt habe ich ihn eingesteckt dann fasst der leere ich fasse es nicht so, die festen Wachmännle das war drin, die Kaninchenkeule und das ganze Tralala, können wir reintun passt doch soll ich das mit reinüber, ne, das tue ich nicht da rein, das tun wir da rein was haben wir denn hier drin, drehen wir mal Salz ach, ist doch eh hier Zutaten Salz ist doch Zutaten ja, natürlich der Melser kann liegen bleiben, ist mir wurscht ich bin euer Schwert und euer Schild das weiß ich doch Moment ähm, ja das war natürlich ach, Steine brauchen wir auch noch da war ja noch was richtig ihr habt ja mal einen Huhn gekillt das kann doch nicht wahr sein, oder? das ist doch habt ihr vielleicht noch einen Huhn umgebracht wo sind meine ganzen Hühner ein Huhn habe ich zwei Hühner ein Hühnchen zweites Huhn Jungs, ich hab drei Hühner gehabt äh, ja genau da ist es ich hab's ich hab's gesehen äh, nee Baummaterial Iron Fittings also machen wir halt Iron Fittings schnell Steine brauchen wir auch noch ja, ich weiß dann tue ich mal ganz schnell die, äh, die Dinger da rein äh, ja die brauchen wir noch die müssen wir mitnehmen äh, den Stern kann ich nicht raus tun die Rubine kann man reintun die vier Saphire das war's eigentlich auch schon die Voice Pelze die zwei Stücke ja klar Ebenerz brauch ich eigentlich nicht naja gut die kann man wo ist eigentlich wo ist eigentlich mein Schmelzofen hinkomme wo hab ich den gebaut mhm, mhm, mhm da vorne ist er mal gucken was wir so bauen können Corundum Erz ach toll danke Eisenbarren Silber Mondstein zwergischer Metallbacken oh 5, 4 fertig hoppala das steht ein bisschen niedrig, ja das Ding naja Steine Steine brauchen wir noch auch das kann dauern auch das kann dauern jetzt zwergischer schweb setz schwiąz Schüss schweb Untertitelung des ZDF, 2020